allihallo herzlich willkommen die nachbarsbauern sind wieder hier ich bin immer noch hier fleißig am dreschen ich habe schon gut was weggearbeitet und vorhin hat es hier ordentlich gerüttelt und geschüttelt ich glaube der gacki hackt schon wieder irgendwas aus aus hecken nicht ich habe mir arbeit besorgt einfach wenn man mal so da nach hinten zum shop guckt gehen da so ein paar maschinen rum ich habe mir schon die nächste arbeit besorgt welche denn wir müssen ja irgendwie die zeit bis zum nächsten tag überbrücken wir haben das so eine schöne kartoffelernte mission und da musste ich einfach zuschlagen einfach nur um mal zu zeigen dass man auch kartoffeln hier im ls machen kann ja und jetzt kommen dann gleich feld 19 hier rein würde mich nicht wundern aber dann halt pech aber der vorteil ist glaube bei kartoffeln gibt es beim regen kein ernteverlust bei erfrüchten ist das glaube ich nicht der fall das weiß ich nicht aber das kannst du ja austesten aber bis bis es um 16 uhr anfängt zu regnen sind wir fertig stimmt ja wir könnten eigentlich ja bisschen ja wohl lass mal noch ein bisschen laufen so wie es ist das passt schon so ich muss auch erst mal gucken dass ich diese gruppe mission fertig bekommen da fehlen noch neun prozent und dann geht das los ist du noch beim körper ja er macht hier eine mission nach der nächsten würchterlich das wäre ja schon echt ein bisschen belastend stellen wir da unser anhänger einmal als abfahrer hin wir nehmen den anderen als abfahrer mit und dann machen wir erst mal die ganzen anhänger voll und gucken wir mal wie das wird leider haben wir ja kein voll ernte bekommen das wird also doppelt lustig ein vorteil hat es ja dass es eine mission ist keine frucht zerstörung aber bei den voll ernten hast du ist da wir haben doch ist nur bei reifen sie noch so weit dass die dann gar nichts zerstören würden oder doch weil ich mir überlegen hat nee hatte ich in voll ernte ich hatte mal eine mission hatte ich mal gehabt weiß ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt also beim wenn du mit einem normalen traktor über das feld fährst machst du es kaputt da bräuchtest du einen traktor mit pflegebereifung aber beim voll ernte weiß ich es jetzt gar gar nicht ist schon das ist schon echt irgendwie ein bisschen lustig klar also ich weiß nicht wie viel spielstunden du schon im ls 22 hast aber ich habe bestimmt schon über 250 spielstunden und es sind noch so viele sachen die du nicht beantworten kannst weil du sie einfach noch nicht erlebt hast ja das stimmt wirklich und weil man entdeckt immer wieder noch neue sachen und denkt manchmal gar nicht dran dass es doch um einiges komplexer geworden ist halt auch einfach das ganze und wer weiß was für änderungen mit dem nächsten patch noch auf uns zukommen ja ist schon ein bisschen was geteasert worden also ja hier zu den preisen gibt es das meine meine excel liste wird wohl überflüssig habe ich gehört scheint wohl so wir haben sonst ist noch nicht viel was jetzt neuheiten ist da müssen wir denke ich mal wirklich warten bis die kompletten patch notes da sind soll ja content auch kommen aber welcher content weiß man noch nicht so richtig oder natürlich die fahrzeuge sind ja schon veröffentlicht worden was da kommen wird ja in den letzten zwei drei wochen dass er eben in gülle fass und ja und ja also das jahr würde ich mir dann auch kaufen so so als als tipp wer wissen möchte was es für sachen gibt bei mir auf dem discord gibt es ein channel der nennt sich irgendwie ls 22 infos da sind immer die ganzen infos von giants auch gepostet unter anderem die fact sheets passend was da in den letzten zwei drei wochen veröffentlicht worden ist was eben mit dem 1 3er patch kommen wird vm vielen dank für deinen follow herzlich willkommen hier bei den nachbarsbauern ich bin hier gerade ein bisschen im sorgkumpnis abfahren schön dass es dir hier gefällt ja ich fahr gerade meinen grubber nach hause ja du musst ihn ja auch sauber machen ja die die wieder sich ausleiten kann er den sauber machen genau ich muss aber nicht packte nicht mal ich will kartoffeln machen so wo steht mein ach da oben steht der anhänger gleich bin ich mit der mission fertig da bin ich wieder bloß ja das heißt wir werden jetzt erstmal dann das kraut schlagen das arme ja das arme kraut aber fahr nicht meine wiese kaputt noch ich denke das geht nicht warte mal was haben wir heute september muss ich denn heute schon wieder meinen gras mähen wann habe ich denn das das letzte mal gemäht keine ahnung gar nicht heute nicht oktober november gut dann habe ich im november volle wachstum dann muss ich da noch mal wollte ich auch machen gutes november habe ich gesagt genau irgendwas so war da dann könnte ich ja eigentlich schon mein ziel verdichtung zu machen so dann lassen wir haben hier aber wie habe ich irgendwas habe ich da anders gehe ich nicht oder weiß ich weil ich wollte doch noch ein bisschen silage machen ich wollte nicht alles zu heu machen kann ich dir nicht sagen eigentlich baue ich die silage was wichtig damit geld da ankommt naja ich bekomme morgen nochmals 15 schafe dazu ich könnte ein bisschen schieten wenn ich wenn ich gas noch im ladewagen einschmeiß das muss ich ja jedes mal hier aussteigen was machst du denn das abfahrer gespannt zusammenkoppeln wieso erst erste anhänger kann aussteigen ankoppeln an den zweiten ran fahren wieder aussteigen wieder ankoppeln und zu weit rennen und nicht weit genug zurückfahren also wieder nach vorne fahren laufen wieder ein stück zurückfahren was 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 macht der man da ist der ist verwirrt nein ich tue nur zwei anhänger zusammenkoppeln ja aber die musst du doch nicht jedes mal wieder abkoppeln nein aber aussteigen und ankoppeln manuell nicht einfach ranfahren drücken und ja jetzt magst du auch nur einmal und nicht jedes mal ja zweimal ich muss ja einmal den vorderen anhänger ankoppeln und den 2 und beim zweiten bin ich da klar nicht weit genug zurückgefahren also musste ich noch mal aussteigen oder einsteigend stück zurückfahren und wieder und viel arbeit ach so du stellst dich bloß wieder an mir und zum eierlegen sagt es doch gleich gleich so dann stellen wir den auch dahin da steht warum ja genau das baum gefunden das lassen wir am besten hier so stehen so dann ja guck mal der mf hat pflegebereichen drauf aha also zumindest stehen die schutzblecher irgendwie gefühlt meter über meter gefühlt das wäre schon ein bisschen reich gewesen jetzt will ich mal was gucken angehängte kartoffel technik ja auch der der angehängte kartoffel ernte hat standard wissen pflegebereichen sowieso sowieso aber wie gesagt die barfte auf meine wiese nicht dass da ich da dass man jetzt das ganze gas kaputt fährst das wäre ich ich habe pflegebereifung kann nichts passieren mein leuten lieber freund und nachbar da weiß ich ja schon wer große kreise durch meine wiesen fährt da werde ich mir dann die reifenspuren da mal angucken es sei denn der kartoffelkrautschläger kann auch gras ernten ja ernte reif ist es nicht aber weiter zurückgehen wird doch eine stufe kann es noch zurückgehen wenn es schlägst wenn wir ja mal testen ein schlägst nicht meine wiese so jetzt machen wir das wirklich so wir machen den einmal ab also jetzt geht das wieder los neues fahrzeug da müssen wir erstmal wieder alles einstellen hier hochfall ist in aktiv da so sieht das gut aus ich bin mal gespannt ob es bei dir mit dem kartoffelhandels funktioniert weil als ich den dann am anfang mal benutzt hat tatsächlich funktionieren liegen ja mittlerweile schon 180 abdates dazwischen du musst den ausklappen doch noch ausklappen sicher also ich weiß nicht wo bist du beim beim bruder oder beim beim rübenschlägen beim schläger beim kautschlägen tapfwelle hat er nicht doch der hat jetzt hat doch tatsächlich ich hatte gedrückt hat er nicht gemacht aha gut wir rasieren hier mal das feld ich habe jetzt schon die die lohn dienstleistungen abgeschlossen wer ist dann hast du doch einen guten überschuss ja da steht zwar noch einiges auf dem feld und also das ist also wirklich viel so muss das sein gut ich könnte dein feld gar nicht krautschlägern dieses gerät ist der ist leistung reserviert stimmt sobald ich eben raus aus dem feld gefahren bin hat er das schon angezeigt aber du kannst das system noch ein bisschen austricksen wenn du dir einmal geräte für eine mission ausleicht kannst du damit auch andere missionen machen das ist ja normal das mache ich auch oft so sind tricky aber die eigenen felder kann man nicht damit abarbeiten das ist das nicht aber du kannst zum beispiel einen traktor den du von der mission hast als abfahrer nutzen ja das geht auch das geht ja aber ich wollte mal er hat es lag weiß gar nicht ob das am fluglad oder am takler ich wollte mal eine dann gemieteten flug meinen meinen mein feld machen das hat er nicht so so mal gucken ob ich da die bahn noch fertig fahren kann oder bevor der täscher verläuft ich bin ja mal gespannt was wir darunter bekommen jetzt habe ich eine tele beim anhänger gefahren so 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 ob du musst dich aber kurz anhalten ja die ist nur noch halb so groß wie die zappsäule oder wie die symbol von der tankerzeuge ja gut dann jetzt zeit ja ich habe noch irgendwie zwei oder drei bahnen ich hoffe der wird noch durchhalten gut wäre es wenn man da irgendwie so ein kleines podest hätte wo man so ein benzin kanister mit spannen gurten festmachen könnte dass du immer einen dabei hast so ja du kannst ja ein pick-up nehmen und da die kanister drauf werfen wenn man das geld für den pick-up hat ja kaki du bist doch hier du bist doch hier reicher bauer und so wer hat das erzählt habe ich hier in deinen youtube folgen gesehen aha na dann ich bin ja wirklich mal gespannt was da an kartoffeln wirklich rauskommt aus dem feld feld naja ich würde mal so schätzen so 100.000 Liter oder so aber ich glaube ein bisschen weniger so 80.000 würde ich jetzt mal grob schätzen mit einem Erfahrungsbrich den ich aus 250 Stunden Landwirtschaftssimulator errungen habe so ach ja das dauert jetzt hier auch eine weile bis wir hier das kraut weg haben und dann geht es mit der ernte los mhm 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 und ich bin jetzt mit der ernte fertig also gleich fast fast ich schaff's diese folge noch ich schaff's noch bist du da ganz sicher? eine Minute hab ich noch eine Minute hab ich noch eine Minute hab ich noch bist du da so sicher? easy easy da gehe ich noch einen Kaffee zwischendrin saufen oh fuck ich muss noch zweimal fahren ja gut das eine mal ist nur so eine deine spitze oh falscher gang das heißt das heißt ja dann wenn ich jetzt noch irgendwie einmal Zuckerrohr machen würde dann hätte ich glaube ich hier in dem Projekt alles gemacht was man machen kann Baumwolle kommt Kartoffeln Zuckerrüben die 19 ist abgeerntet übrigens oh Gott dann kommt die also nicht mehr nein ich wollte nämlich grad gucken und dann dann sehe ich so eine große lilane Fläche da dachte ich mir nein aber wenn man guckt was auf der Karte alles so schön dunkelgrün ist ja da werde ich dann noch meinen Spaß haben während du deinen Baumwollfeldern die Ohren lang ziehst ja da werde ich mir dann die Taschen voll stopfen aber ob mein Plan aufgeht oder nicht liebe Leute das könnt ihr in den nächsten Folgen sehen ich sag danke für's einschalten lass doch mal ein Däumchen da wir würden uns freuen ähm morgen 12 Uhr geht's weiter und über Freitags hier auf Twitch ähm in Farbe mit 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 unseren Hübschen äh und ja ne Gacki willst du noch was sagen? äh Kommentare Däumchen Abos dalassen Kanäle sind jeweils verlinkt unten in der Videobeschreibung ja und äh sonst bleibt nur noch zu sagen Tschüss bis morgen Däumchen Sie